Im perfekten Augenblick, das ist sein neuer Titel. Herzlich willkommen aus der Nachbarschaft Hansi Vogt. Im perfekten Augenblick, zählen wir nicht die Stunden, sondern wir spüren, wir sind mittendrin. Dem Sonnenuntergang fliegen wir hinterher, auf Adrenalin, Himmelwärts. Was morgen geschieht, lassen wir heut passieren. Heute können wir uns niemals verlieren. Wir machen die Nacht zu unserer Zeit, kein Morgen in Sicht weit und breit. Im perfekten Augenblick, können wir fühlen, dass wir für heut, unendlich sind. Im perfekten Augenblick, zählen wir nicht die Stunden, Sondern wir spüren, wir sind mittendrin. Auch wenn du nicht für immer bleiben willst, sei es, wie es sei. Diesen Moment verpassen wir heute nicht. Wir zwei, wir sind frei. Im perfekten Augenblick, können wir fühlen, Dass wir für heut, dass wir für heut, unendlich sind. Und wir sind, im perfekten Augenblick, zählen wir nicht die Stunden, Sondern wir spüren, wir sind mittendrin. Im perfekten Augenblick, zählen wir nicht die Stunden, Sondern wir spüren, wir sind mittendrin. Im perfekten Augenblick. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für Hansi Vogt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und somit...